Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft von den APK Gaming Bros mit mir, Alex, mal wieder am Start hier. Ja, und wir sind mal wieder in der neuen Aufnahmesession und das nach dem Artera-Projekt. Ich weiß, ihr habt ihr schon acht Tage lang Minecraft-Folgen wieder normal gesehen, aber die waren alle weit voll im Artera-Projekt, bzw. voll im Artera-Projekt vor produziert. Jetzt haben wir gerade den 25.8., also den Montag, an dem ich gerade hier aufnehme, ihr werdet das Ganze ab Donnerstag gesehen. Ja, und da ist es auf jeden Fall mal wieder cool, mal wieder mal relativ fresh und up-to-date zu sein, also relativ natürlich. Pierre ist leider nicht mit dabei, denn wir hatten vor heute kein Aufnahmetermin von Minecraft ausgemacht, das heißt, wir haben uns vor ein paar Tagen immer so, haben wir uns mal drauf geeinigt, wann wir denn überhaupt was aufnehmen wollen. Problem ist nur, dass ich morgen keine Zeit habe und morgen mal einkauft, also morgen am Dienstag war Minecraft angesetzt. Und Pierre ist leider von seiner Arbeit heute auch so im Arsch, dass er heute überhaupt gar nicht zu gebrauchen ist. Das war, aber da wird es wie gesagt für Donnerstag schon brauchen, ich morgen nicht da bin und für Mittwoch auch schon was anderes am Start ist und so. Ähm, ja, genau. Deswegen, ja, muss ich jetzt leider gerade alleine aufnehmen. Und ja, ich hoffe mal, es passt euch auch ganz gut, ich werde vielleicht ein bisschen Musik drunter legen, also ich höre gerade Musik auf meinem anderen, das so viel kann ich sagen, aber die hört ihr nicht, weil ich lieber meinen zweiten PC gerade, wo ich, nehmen wir mal auf meinem zweiten PC auch mein Mikrofon auf. Und genau auf dem zweiten PC habe ich nämlich auch jetzt die Musik angemacht. Ähm, von daher hört ihr die jetzt gerade nicht in der Aufnahme, aber ich werde bestimmt irgendeine andere Musik, oder ich könnte eigentlich auch die, die ich gerade höre, drunter legen, weil die ist Gamer-Free und so. Glaube ich zumindest, hoffe ich zumindest, ja, ist so. Ähm, werde auf jeden Fall was Schönes drunter legen, ähm, das ist ja außer Frage. Wahrscheinlich sehr viel Circle of Alchemist, aber auch ein bisschen was anderes. Also so ein bisschen was, was ich jetzt mir, für das, gerade für das Gamer-Haus-Special, ich habe mir ein bisschen andere Musik rausgesucht. Ich hoffe jetzt, bis Donnerstag ist das endlich mal draußen, wir haben gerade Montagabend. Ich habe gestern am Sonntagabend drei Stunden geschnitten und gerade mal Tag 1 fertig. Und was ich hier gerade mache, ist den Raum hier ausfüllen, denn wir haben einfach verkackt nochmal, ähm, ja, komme ich mal zum Thema, nehme ich. Äh, so eine automatische Farm kriege ich irgendwie nicht hin. Das heißt, ich werde die nicht machen, weil ich die nicht hinkriege, weil ich dafür zu dumm bin oder was auch immer. Was ganz einfach heißt, dass ich, äh, ja, dass in der, in der Art und Weise, wie wir es oben schon mal hatten, ähm, also wir hatten es ja oben schon mal, diese, diese Farm hatte ich ja oben schon mal. Mit, äh, zwei Öfen und einer großen Truhe und soweit ich das dann jetzt mal drei oder mal vier machen und das war es dann eigentlich. Aber auch so, dass ich manuell da selbst Sachen reinlegen muss, ähm, alles andere ist irgendwie, mit den Trichtern, da gibt es so einen Trick, den ich auch hier mal versucht hatte aufzubauen, äh, schon vor einem Monat in der Testwelt. Aber es hat irgendwie alles nicht so wunderbar funktioniert, warum auch immer das nicht funktioniert hat, dass die gleichmäßig auf alle Öfen aufgeteilt werden, das funktioniert einfach voll schlecht. Es würde halt über eine Rail relativ gut gehen, aber die Rail, die kostet mir zu viel FPS. Ich bin froh, dass ich inzwischen bei Minecraft bei 30 FPS stabil bin. Das war nämlich auch schon mal anders, leider. Ja, und das, obwohl es genau der selbe PC ist, keine Ahnung, wahrscheinlich, weil ich, man muss wirklich sagen, inzwischen, ähm, dieses, dass ich jetzt einen zweiten PC habe, ist sehr gut, äh, weil, wenn ich dann nichts mehr außer das, egal, ob es jetzt altes ist oder ob es jetzt das hier ist oder was für ein Spiel auch immer, ähm, das ist immer gut, wenn ich dann auf dem, meinem Haupt-PC hier, wo ich auch zocke, nur das Spiel offen habe und sonst nichts anderes. Das, äh, das ist immer sehr schön für meinen Haupt-, äh, für die, ja, für die FPS, sagen wir es mal so, wenn da im Hintergrund nicht mehr großartig was anderes auf ist. So. Wie gesagt, ich baue es jetzt hier gerade einfach alles nur zu, das hat auch gar kein Muster, ich baue jetzt einfach nur hier wieder hin dazu. Was anderes soll das hier nicht symbolisieren. Äh, ich klatsche das hier einfach nur alles voll, dass hier drin nichts spawnt und dass das hier wieder alles schön ausgefüllt ist. Ähm, wie gesagt, Öfenmäßig werde ich das jetzt wieder so machen, dass ich da, ich werde die wahrscheinlich trotzdem ein bisschen hier unter die Erde machen, weil, oder? Ne, ne, ich werde die oben drauf machen, ganz normal, ich werde die überhaupt nicht unter die Erde machen. Ähm, werde die komplett oben drauf machen, genau. Ja, weil manuell kann man das irgendwie immer noch ein bisschen am besten handeln. Das ist einfach schon sonst auch zu viel Ressourcen, die das Ding an sich verschluckt. Die Grundidee war schon ein bisschen sinnlos, weil es reicht auch so, wie ich es jetzt machen werde. Und, ähm, es verschluckt sonst auch zu viel Ressourcen, allein in den ganzen Trichtern würde dann zu viel hängen bleiben. Ähm, und ich könnte das überhaupt nicht mal richtig einschätzen, oder müsste man noch eine Fuelanzeige bauen, das ging auch, aber, ah. Brauche ich überall, komm, das ist, ich habe ja dieses Schweineding gebaut, diese automatische Schweinefarmding, das war schon in Ordnung, das ging auch vom Aufwand her noch klar, aber der Rest wird alles viel zu kompliziert und lohnt sich überhaupt gar nicht mehr, mein Endeffekt. Von daher wird das Ganze jetzt so belasten. Ich werde das Ding wie damals aufbauen, oben wieder. Und ja, es dauert jetzt ein bisschen natürlich, wie ich hier zugebaut habe, aber ich sage mal so, wir sind ja schon fast oben und ich habe, äh, erst gerade mal eine Folge, äh, gerade mal fünf Minuten verbraucht. Von daher geht das ja absolut noch klar. So, la 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 la, ist natürlich geil, wenn ich die Musik nicht höre, sodass ich da gerade rum singe, beziehungsweise eher eine andere. Nein, ich werde damit mal aufhören. Ähm, was kann man sonst noch so sagen? Wie gesagt, ich hoffe, das Games kommt zwischendurch inzwischen raus, ich weiß es aber gerade selbst noch nicht. Es sollte ja schon viel, viel früher rauskommen, ähm, aber wurde ja leider nichts, weil es immer aufwendiger wird. Ich wollte heute auch eigentlich schneiden, aber dadurch, dass ich dann morgen, äh, jetzt, äh, beziehungsweise erst kurz auf knapp dran gedacht habe, dass ich morgen nicht kann. Ähm, und da muss ich heute noch ein bisschen was aufnehmen. Und morgen wahrscheinlich auch nochmal was. Und, ähm, da leidet natürlich das Gamescom-Special drunter, weil eigentlich wollte ich mir heute nur Zeit gönnen für das Gamescom-Special. Und, äh, es wird heute wahrscheinlich dabei rausgehen, dass ich überhaupt gar nichts für das Gamescom-Special machen kann. Was dann irgendwie ein bisschen scheiße ist. So, naja, ist leider so. Ähm, ba-bam. Hier haben wir auch noch ein bisschen Scheiße gebaut, da müssen wir auch mal wieder die Truhen hinstellen. So, hier so eine Truhe hin. Haben wir hier schon irgendwas drunter gemacht? Ne, ne? Ah, wir haben aber die Böden drunter weggemacht, ja. Hm, gut. Gut, 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 da müssen wir auf jeden Fall was machen. Aber wir sind einmal zurück zu Gamescom, auf jeden Fall eine geile Sache. Aber wie gesagt, wir haben zum Beispiel, äh, ich hoffe jetzt wirklich, dass es draußen bis, äh, zum Donnerstag. Weil ansonsten wäre das ganz schön behindert. Aber ich kann es da nichts versprechen. Wir waren ja auch noch am, am letzten, am, jetzt, am letzten Samstag auf dem Commander Krieger Treffen da. Äh, auf dem Go-Kart, YouTuber Go-Kart Event Fan Treffen waren wir auch. Einer der normalen 400, 500 Zuschauer. Weil wie gesagt, das geilste Event, das ich kenne. Dazu gibt es auch noch so ein 3, 4, 5 Minuten Video. Irgend so was in der Richtung. Da haben wir nur, eigentlich haben wir da nur, ähm, eine Szene am Anfang, die ihr wahrscheinlich auch schon bei uns gespielt oder irgendwo gesehen habt. Aber die haben wir aus unserer Sicht nochmal aufgenommen. Und, äh, dann haben wir nochmal ein Fazit am Ende aufgenommen. Aber dieses Paar, das ist überhaupt nicht das Problem, es zu schneiden. Das ist ein, das sind, äh, drei Schnitte oder sowas. Dann ist ein bisschen Musik drunter geklatscht, dann ist das Ding fertig. Das ist nicht das Problem. Ähm, ich brauche jetzt eher noch ein bisschen Stein, das ist gerade das Problem. Stein ist ja eh immer so ein Problem. Weil ich immer so viel verbrauche, schon für meine fucking, ähm, ja, für meine, äh, ihr wisst schon was, ihr wisst schon was ich meine, für meine, ähm, Mauern. Dafür habe ich schon wieder so viel verbraucht. Das Problem ist, ich habe jetzt noch hier zwei Stacks, Alter. Ich habe das doch hier alles mal ausgehöhlt, dann musste ich das doch schon mal gehabt haben. Was habe ich mit dem ganzen Stein gemacht, den ich mal hatte? Ach, da ist er drin. Oh. Hätte ich eben gerade auch mal richtig gucken sollen. Ich weiß überhaupt nicht, was er da drin zu suchen hat, eigentlich, so vom Grundprinzip her. Weil das ist nur Cobblestone, Cobblestone ist nicht wertvoll. So, also, ja, war auf unsere Mauer ein bisschen, aber hat jetzt keinen Wert, dass es in der Änder-Truhe liegt. Naja, gut, ist es halt irgendwie gelandet. Aber wie gesagt, ist ja schon, äh, schon jetzt zwei, äh, ein ganzer Monat her. Ja, seitdem ich es jetzt mal aufgenommen habe. Wir haben am, ich glaube, am dreißen, nee, am siebenzwanzigsten oder sowas haben wir aufgenommen. Jetzt schreibt, habt ihr gerade ein Skype-Geräusch im Hintergrund? Gott, tut mir sehr leid, ich habe vergessen, in Skype offline zu gehen. Jetzt schreibt mich da wahrscheinlich die ganze Zeit an im Hintergrund. Und ich kann ihm nicht antworten. Würde der Spaß-Team nicht mal Steam anschreiben, dann könnte ich ihm auch antworten, aber so kann ich ihm leider nicht antworten, weil ich da aus dem Raustheben muss. Obwohl, ich glaube, ich würde nicht mal mehr Steam im Moment sehen, weil, ähm, ja, weil, dumm, dumm, genau. Ich würde nicht mehr mehr Steam im Moment sehen, weil, ähm, beziehungsweise es wird auf jeden Fall nicht mit aufgenommen werden. Ob ich es sehe, weiß ich gerade gar nicht. Ob ich das, doch, das müsste eigentlich trotzdem als Overlay kommen. Aber es wird auf jeden Fall nicht aufgenommen. Tut mir jetzt leid, ich hasse es selbst immer, weil man vergisst es doch meistens, aus Skype rauszugehen, wenn man was aufnimmt. Oder auf beschäftigt zu gehen. Aber außer PR habe ich eigentlich großartig keinen Skype. Also außer jetzt ein paar Leute, mit, was YouTube betrifft, aber da werde ich eigentlich seltenst angeschrieben. Deswegen kann ich sogar im Moment noch relativ gechillt in Skype online bleiben. Ist dann eh meistens PR, der mir irgendwas schreibt. Obwohl es mal ein paar Leute geben könnte, die sich mal wieder bei mir melden könnten über Skype, wo ich ganz froh wäre. Aber naja, gut, das ist ein anderes Thema. Und wenn er wirklich was will, dann schreibt er mich in Skype, äh, in Skype, genau. In Steam nochmal an, weil er sieht, dass ich da online bin, wenn er irgendwas gravierendes von mir will. So. Boah, kein Stein mehr läuft. Hallo? Mann. Ah, scheiße. Immer diese Musik, die ausgeht. Ich habe die gerade nur über... Weil ich habe den Song, den ich jetzt zwar runtergeladen habe, auf meinem Haupt-PC, aber nicht auf meinem 2-PC. Und in den Orten kann ich auch leider nicht zugreifen von meinem 2-PC aus. Also ich habe ja so ein paar Netzwerkfreigaben, dass ich die Datei immer hin und her schieben kann. Und übrigens, ja, das ist schneller, hier in meinem Netzwerk ist es schneller, wenn ich jetzt die, die, äh, aufgenommene Fraps-Dateien über das Netzwerk auf der 2-PC schiebe, ist schneller als wie über eine Festplatte. Einfach aus dem Grund, weil ich hier, ähm, glaube ich, 80 Euro nochmal rein investiert habe. Äh, in komplette CAD-7-LAN-Kabel und, äh, Gigabit-Switch und überall der neueste Shit und hochwertigste. Aber dadurch habe ich jetzt auch eine saugeile Übertragungsgeschwindigkeit im Netzwerk. Ich glaube, meine ist fast doppelt oder dreifach so hoch wie die bei, in, wie die in PS-Netzwerk. Und da meine ich nicht PS-Internet, sondern einfach nur das Netzwerk. Wenn man eine Datei von einem anderen, äh, eine Datei auf, äh, übers Netzwerk auf einen anderen PC rüberschiebt. Das geht bei mir schon relativ schnell. Ähm, auch weil beide PCs an demselben Switch hängen. Ich weiß gerade, ich, das ist eine Sache, die weiß ich gar nicht, obwohl ich sogar in die Richtung ja was mache. Aber das kann auch irgendwie kein vernünftiger Lehrer oder sowas mal, äh, erklären. Ob, äh, ein Switch, ob ein Switch alles trotzdem noch über den Router leitet oder ob, wenn zum Beispiel zwei PCs an einem Switch angeschlossen sind und, ähm, ich von einem PC auf den anderen PC, die beide am Switch angeschlossen sind, ähm, was hier nun herstiebe, ob er dann überhaupt den Weg über den Router nimmt oder nicht. Weil, ja gut, aber, okay, äh, das, was er bei mir überträgt, ist eh schon, äh, glaube ich, fast das Limit von den Festplatten und nicht das Limit vom Netzwerk, von daher. Das ist halt ein bisschen das Problem, dass die normalen Festplatten ein bisschen, ähm, ja, mit den Schreibgeschwindigkeiten ein bisschen langsam sind. Ich hab ja auch in meinem Haupt-PC als Windows-Festplatte eine SSD. Okay, aber die kann man natürlich nicht zum Aufnehmen oder sowas nutzen, weil, ne, die sind da, das dauernde Schreiben und, äh, überschrieben werden ist nix für SSD-Festplatten. Da würden die so schnell kaputt gehen. So, haben wir das hier auch gleich geschafft? Hat jetzt ungefähr eine Folge dann für euch gedauert? Ähm, ist doch schon mal ganz in Ordnung, dass wir das hier geschafft haben, so schnell. Können wir nämlich uns gleich darum, äh, kümmern, dass wir oben wieder alles aufbauen. Und, äh, danach können wir uns dann darum kümmern, dass wir, ähm, ja, um irgendwas anderes kümmern. Ich hab mir noch gar nicht so großartig was vorgenommen. Hängt da eine Fackel? Ja. Ja. Deswegen könnte ich die ganze Zeit nix planten, da. Erstmal hier so alles zumachen. So. Haben wir das hier auch gleich fertig und dann können wir, wie gesagt, in der nächsten, für euch nächsten Folge, ich nehme mir hier immer durchgehend auf und mache keine, ähm, Folgen-Cuts oder sowas. Aber, dann geht's dann für euch gleich, äh, in der nächsten Folge. Ähm, na. Werden wir dann oben halt die Öfen wieder aufbauen und dann, ähm, kümmern wir uns um. Ha, alter, irgendwie hab ich grad ein paar Hirn-Lags. Äh, dann kümmern wir uns natürlich hier, mit dem wir die Öfen wieder aufgebaut haben, aber in besserer Art und Weise, ne. Ähm, kümmern wir uns um. Habe ich jetzt wirklich nur noch Cleanstone? Okay. Dann kümmern wir uns, wie gesagt, um irgendwas anderes, was ich grad noch nicht weiß. Muss ich hier Cleanstone verbauen. Habe ich total Lust drauf. Überhaupt nicht die Verschwendung oder so. Aber es dürfte von der Menge her auch passen. Ja, natürlich passt es von der Menge her. So, zack. Noch zwei. Juhu. Wir haben's gleich geschafft, Leute. Und dann können wir uns einem andere, eine andere Sache widmen, die, äh, die hoffentlich erfolgreicher ist. Ja, das ist halt leider auch Minecraft. Da kann manchmal auch einfach mal was nicht so laufen, wie man's gern hätte. Und schon ist man gefickt. Eins, hier war die Mitte, ne. Jo, hier war die Mitte. So, dann bauen wir das Ganze mal von der Wand aus auf. Das heißt, wir haben hier einen Trichter. Wir haben hier eine Truhe. Die Truhe kommt dann, äh, da hin. Der Trichter kommt, äh, dann.